hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen folge final fantasy 16 wir befinden uns immer noch in der kristallmine würde ich sagen ja sowas und gehen jetzt mal weiter wie groß sie denn noch ist wir haben ja schon einiges hinter uns gebracht zwischenboss ist auch schon geledert worden deshalb glaube ich wäre es geht richtung ende aber immer weiß es nicht es könnte auch sein dass es extrem groß ist hier sieht es aus als kommen irgendwo gegner her gehüpft wie ich sehe haben sie die holztür durch was stabileres ersetzt korallenschwert oder ist es etwas stärker als meine flammen zunge oh ja es ist stärker hätte mit jawohl mal ein gutes schwert gefunden das freut mich aber wie sieht es denn aus was sieht dem anderen relativ ähnlich nur das nicht so rot ist jetzt mal einen moment in der hand bro mal gucken ach steckst doch nicht immer so schnell weg doch sieht schon das sieht ein bisschen schlichter aus glaube ich als mein anderes schwert was andere war auch ein gliedernis das ist mit zwei fragt die eins noch mal klar aber mit schmackes ist jetzt schon ein bisschen verbogen ist doch geschafft die bros wen hält sowas auch auf jeden fall nicht uns jawohl ich habe wieder meinen freier trick gemacht ich finde zwar schon längst zeit dafür denn hier ist es ganz schön dunkel der mutter kristall ist gleich davon ist er das ich sehe überhaupt nichts naja solange niemand bewegt hat ich dachte ganze berge das naja er kennt sich ja besser aus als ich damit ich bin der mann fürs grobe sind ist der mann für die pläne so ein kern von so einem berg muss doch auch extrem groß sein irgend einer ist hier schon durchgestorben na gut wenn sie alle verseucht werden was sollen sie dann auch hier ein schönes ding haben sie hingebaut das ist unglaublich diese größe dort der weg führt ins heiligtum ist ja immer noch nicht zugemauert ganz schönes armut zeugnis warte das heißt ja hier habe ich damals mit bahamut fang gespielt leider auf kosten dieses beachtlichen bauwerks eine selbstverteidigung aber wie hast du es hier raus geschafft bin gelaufen probier es mal der fahrt der göttin das ist da oben ins loch rein oder das ich verstehe es nicht so ganz ok und was wo kommt jetzt hier ich stehe schon wieder ich stehe jetzt bei mir irgendwas erzähl ich später das war's ja 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 warum sind die kreaturen vom phoenix tour auch hier in den minen besteht zwischen beiden orten eine verbindung heimlich man irgendwie haben die espel ja auch eine gewisse verbindung zumindest naja die haben halt alle dasselbe schicksal aber so viele gibt es nicht also müssen die irgendwas gemeinsam haben die 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 da die Oh der Große, der Großen geben ist, wenn ich im Modus bin. Scheiße. Ach, hör doch auch um zu springen. Ah, jetzt. Jetzt muss ich gerade ausprobieren, wie hoch ich komme. Los. Jetzt wird es erstmal verdienen zurück. Jetzt muss ich eigentlich nur X drücken, die ganze Vierecke. Die großen, das ist auch gar nicht mehr so geil. Ich weiß nicht, ob ich auch um drei Sterne vor den Kick machen könnte. Knapp vorbei. Fast, Torgal. Mach es. Bis zum nächsten Mal. Einfach ein bisschen mächtig in der Gegend rumfuchteln. Das funktioniert immer. Ein paar Scherken will ich nur umbringen müssen. Das ist ganz schön groß hier. Obwohl, ich bin gleich an der Brücke. Naja, die Chance ist groß, dass jetzt ein Wächter da ist. Außerdem wird es irgendwie enttäuschen. Wird keine da, oder? Oh. Ach, du scheinst... Schrei doch nach, Fried. Arme ist hier. Noch ein Opfer der Flut. Gut. Wer will's drauf anlegen? Bereit, Clive? Pimma! Pimma! Scheiße! Nein! Nein! Ich bin, ich bin. Jutta. Gälli! Bist du, mein Mann! Ich glaube, dass du da hast, verdammt. Oh, das ist toll! Ja wohl. Der hat schon wahnsinnig gefressen. Ach ja, diesmal hab ich's geschafft mit ganz viel Ausweichen drücken. Ja, diesmal hab ich's geschafft. Ja, diesmal hab ich's geschafft. Was ist das? Ich mache die Musik. Nein! Schnell, meine Wunsch! Jawohl, hin wieder. Das ist schon super tiefer, Mann. Das geht so. So langsam, knapp vorbei. 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 So langsam, die Wunsch! Und sch suivant weg. Ah, komm jetzt weg, gleich schrecklich. So, hol mir noch mal runter. Das ist mir nicht zu lang dauern, würde. Was, das hat nicht gerissen. So langsam. So, das war's. Harkasischen Drachen erlebt. 90 Erfahrung nur. Aber wenigstens 120 von den Superpunkten. Das war doch ein Klacks. Alles in Ordnung? Ja. Zum Kern ist es nicht mehr weit. Sicher hat die Wache uns schon bemerkt, also schnell. Wobei, sie werden ihre Truppen hoffentlich nicht in diesen Äthersumpf schicken. Clive. Wenn das funktioniert und der Segen erlischt, wird für Leute wie uns alles schlimmer, bevor es besser wird. Wenn wir die Letzten sind, die den Äther beherrschen, wird unsere Gabe gefragt sein. Das heißt, man wird uns jagen. Ich hoffe, irgendwann werden sie erkennen, dass wir keine Wahl hatten. Es war der einzige Weg in eine bessere Welt. Und ich dachte, ich würde noch zweifeln. Ein Glück, dass zwei von dreien auf dich vertrauen. Eigentlich ist es mal vier. Was wird wohl passieren im Kern des Drachenkopfes? Vielleicht kommt ja Yoshi einfach mal vorbei. Also für Bedenken ist es eindeutig zu spät. No regrets. Super Trank wäre noch nice. Das sind nur normale Heiltränke. Naja, müssen vier Stück halt reichen. Ja, wenigstens. Ich habe das Schwert gefunden. Das war, glaube ich, schon mal ziemlich wichtig. Wie will er ihn kaputt machen? Will er ihn lasern? Zauberhaft. Das Herz von Sunbrek. So. Tja, war ein Versuch. Ich fürchte, wir brauchen ein größeres Schwert. Meins also. Danke, Clive. Aber das war bildlich gesprochen. Der Kern ist offenbar aus härterem Zeug gemacht. Ich weiß schon, was Taya davon halten wird, aber was soll's. Zurück. Es wird hier gleich eng werden. Ich weiß schon, was Taya davon hat. Schon besser, Nathan. Schon besser, Nathan. Clive. Clive. Sieh doch. Was ist das? Sid! Ich schaff's nicht. Nicht ohne Ifrit. Komm zu mir. Ich kann das nicht ohne dich. Bis. Mythos. Ich schaff's. Ich schaff's. Ich schaff's. Ich schaff's. Zwingt uns deine Stärke. Was? Wo steckst du? Vector! Was zur Hölle? Das ist nicht Drachenkopf. Ich war schon mal hier. Taifun wurde zurückgeschlagen. Doch diese Frevel bleibt nicht ungesühnt. Dominos. Du, du wieder! Wo steckst du? Was willst du? Was? Er lebt noch! Verkästle die Macht in dir. Fülle dein Schicksal. Aus aus meinem Kopf! Lass mich in Ruhe. Ich verschwinde, ob du es fehlst oder nicht. Das war's! Nicht dein Tag! Ja! Bei den Flammen! Ja! Das ist jetzt nicht der Scheiße! Gut, jetzt. Das ist ein Scheiße! Mann! 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 Das war's für heute. Boah, ich hab's allein gesammelt. Weg hier. Oh. Oh. Oh, er hat ein Stecken rausgekommen. Weg gezogen. Und er will ihn benutzen. Nein, ich hab den falsch drauf gedrückt. Ich hab Viereck gedrückt. Schade. Gute Macht. Gerade nicht dir. Dafür sollst du brennen. Es wird aber auch Zeit, hier richtig loszulegen. Ich weiß es wieder. Ich bin Feuer. Ich bin Efret. Ich bin Efret. Clive und Efret teilen die Stufen ihrer Fertigkeiten. Die Stufe. Verzeih. Drücke Dreieck nach einer Feuerball-Kombo, die Esper-Version von Clives Magie-Kombo, um eine verheerende Doppelfeuer-Kombo auszuführen. Nochmal die verheerende. Drücke Kreis, um weite Entfernungen im Sprint zurückzulegen. Halte Kreis, um die Dauer des Sprints zu erhöhen. Mit linken Stick kannst du währenddessen die Richtung ändern. Okay, der Move. Eine Übersicht der Fertigkeiten, die dir im erwachten Zustand von Efret zur Verfügung stehen, findest du unter dem Reiter Fertigkeiten im Hauptmenü. ... Gut, gut. Ich muss als Efret ganz viel Spaß haben. Und hoffe, dass ich mir nochmal diese Kombo angucken. Weil so oft kämpfen wir ja doch nicht als Efret. Drücke Dreieck nach einer Feuerball-Kombo, die Esper-Version. Was ist das überhaupt, die Magie-Kombo? Das ist, wenn man zwischendurch das macht. Aber der macht ja doch immer nur so einen Schuss und dann steht da Magie-Kombo. Und das ist immer voll schäbig und unterbricht man nur einen Kombo. Aber das probieren wir auf jeden Fall in der nächsten Folge aus. Wir machen hier ein ganz kleines Päuschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.